Eine Fahrradkette sollte niemals rasseln, quietschen oder rostig sein. Dann ist die höchste Zeit gekommen, sich um die Schmierung zu kümmern. Verwenden Sie ausdrücklich ein Produkt zur Pflege von Fahrradketten. Das altbekannte Nähmaschinenöl hat schon lange ausgedient. Professionelle Schmiermittel sind in unterschiedlicher Viskosität und Haftfähigkeit erhältlich. Das heißt, ein besonders dünnflüssiges und leicht laufendes Öl ist für den Sommer oder für Rennräder zu empfehlen. Für den Alltagsfahrer ist ein besser haftendes, länger auf der Kette verbleibendes Öl von Vorteil. Auch Kettenschmiermittel für E-Bikes sind mittlerweile erhältlich, die speziell der höheren Last durch den Motor auf die Kette wirkt, Rechnung tragen. Und zu guter letztlich gibt es Pflegemittel für Kette auch in Sprühgebinden. Das macht dann besonders viel Sinn, wenn die Kette schon wirklich angegriffen oder rostig ist, weil diese Sprühmittel besser durch den Schmutz und Rost wandern. Bei der Verwendung von Sprühpflegemitteln für die Kette ist es ganz besonders wichtig, darauf zu achten, dass die Bremsscheiben, sofern das Rad welche hat, nicht in Mitleidenschaft gezogen werden, gut abgedeckt werden und nach dem Schmieren sogar entfettet werden. Die Fahrradkette richtig pflegen ist gar nicht so schwer. Das erhöht die Langlebigkeit vieler Komponenten und den Fahrspaß. Komponenten und denumpen ist erstens aufwärts zu f perdre und aufwärts Sie es bis zum nach dem Rücktrittabschoned hiermitz…" Komponenten und das Rost friends gleichzeitig probieren ... Komponenten und den Rücktrittabschedinnen